Emil, Schade hat es nicht gereicht. An was ist es gelegen? Ja, wir sind nicht so viel im Moment. Am Ende haben wir auch viele Minuten gespielt. Ich glaube, das ist der Grund. Aber ich glaube, wir haben auch gekämpft und das ist auch gut für den Playoff. Du hast ja noch einen Gesichtstreffer kassiert vorher. Was ist passiert? Ja, mit dem Hellbogen hier ins Gesicht ist es auch so willkommen. Aber so ist Handball und so passiert. Das ist kein Problem. Ja, schade. Ich gratuliere trotzdem zur Bestplayerwahl und denke, ja, nächstes Spiel wird sicher wieder besser. Ja, sicher. Ja, so. Ein paar verletzte Spiele, die wieder im Kader sein konnten. Ich glaube, in den Playoffs wollen wir die Finale erreichen. Wir sind bereit. Vielen Dank für deine Zeit und schöne Heimreise.